Hallo Leute! Und steh auf! Willkommen zu einer HTS-Gobbel-Aufnahme. Heute dabei. Georg. Hallo. Sammy. Hi. Dian. Hallo. Und die NSA. Komm, komm, komm. Wir kriegen einen Fall, ne? Okay, ähm... Sammy, du musst es hinkriegen. Ja, genau. Hallo. Hey, wo ist sie? Wo kämen die... Ah! Oh, ich höre mal! Entwerbung! Egal. Welche Lego-Map ist das, Leute? Ach so, Leute! Ach so, Leute! Alter, wo ist diese Kack-Werbung? Ich hab's getötet. Ich hab die... also, ich hab diese Werbung ausgemacht. Ich höre sie und sie tötet mich. Boah! Fahrrad-Bank, Alter! Komm her, du Fahrrad-Magen! Georg, ich find die Menschen... also, ich kann die anscheinend nicht downloaden. Mann! Ich will mitmachen! Boah, Mann, war da scheiße von mir! Nee! Gucken! Rufsche Weltordnung. Ja, okay, ich kann immer noch nicht sein. Was ist denn da los, Mann? Da steht, also, da steht Download, ne? Aber... Danach steht da Error. Hä, what the fuck? 3-6-E! Ah! Hier, ich will nicht, was da steht, weil ich bin nicht so in mir, oder? Aber ich kann nicht... Ach, Halt fahren drücken! Ich bin okay! Ich bin okay! Und das komplette Error! Noll! Ehhh! Mach mal Spray! Oh, NEIN! Ich hab meine AWP fallen nass! Ah! Nein, 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 nein! Wie siehst du mein raus, was euch nachdenkend passiert? So heißt mein NIFE. Na, Jagdmesser. Wie heißt die Map denn? Ääh, die heißt... Die heißt... ...AFP-Lego-Cisco Ich bin nur der Richter, nicht deifen! Ich kämpfe erst, wenn du getötet hast... Du musst kämpfen, Samy. Samy, wie kämpft. Warte, wie viel HP hast du? 46. Messer nicht einmal. Okay. Jetzt erst trifft. Hat gewonnen. Warte, warte, warte. Ich muss aber schreiben. Von Michel Reif. Ey, Bro. Hä, wie schreibt man nochmal? Wir sind gerade zufällig in der Aufnahme. Wie schreibt man nochmal? Mit T. Ach, keine Ahnung. Okay. Komm mal her. Komm mal her, Tim. Was denn? Oh, Mann. Los. Fall mal hinten rüber. Kannst du mich jetzt nochmal einladen? Warte, warte, warte. Wer macht das? So, zu spiel einladen. So. Was habt ihr hier? Ich spiele warte. Ich spiele warte. Hallo? Hast du doch so warte, ne? Ernsthaft? Oh, Mann. Komm her, wenn du nicht raus. Komm, Mensch. Ich spiele warte, ne? Ich spiele warte. So, hier können wir nicht irgendwie ein privates Match machen. Stimmt, wir könnten... Ja, ich warte, ich gehe raus. Alter, das wird ein bisschen langweilig. Was machst du denn? So, ich... äh, mit Freunden spielen... Äh, ich... Oh, es geht, es geht. Es geht. Ich spiele warte, ja, wenn du siehst, kannst du mitspielen. Ja, warte. Ja, warte. Leute, das war so lucky. So, jetzt seht ihr live, wie ich eine Lobby betreten. Ja, ich könnte eigentlich die auch aufnehmen. Für fresh. No, brauchst du nicht. Doppelaufnahme geht hier nicht. Lass das mal. So, hast du mich schon eingeladen? Äh, nee, du bist noch nicht an. Ja, du kannst mich... Äh, ich schon... Ja, aber ich will nicht... Ja, aber ich will nicht überstehen. Ja, ja, ja. Ah, jetzt geht's. Ich trete direkt über... Ich starte nicht erst jetzt, weil ich trete direkt überstehen. Äh, ach, da bist du. Was machen wir denn? So, wir machen ein, äh, Gelegenheitsspiel gegeneinander. Ja, sind wir 5? Ja, 2 gegen 3, weiß ich nicht. Die anderen sind halt Neulinge. Ich bin neu. Oh, wir spielen Train. Hä, ich bin nicht neu. Ja, du vielleicht nicht. Ich vielleicht, vielleicht. Ähm, wir machen als allererste eine Runde in den Life-Round. Knife-Round. Knife-Round. Und dann lassen wir das Spiel neu starten. Okay. Knife-Round? Warum Knife-Round? Ja, weil Knife-Round ist einfach lustig. Knife? Ja, okay. Einfach fresh, einfach LCS-Style. Was wollten wir für LCS? Äh, ist Train. Achso. Train ist Bullshit. Ja, für mich auch, aber für manche Leute bestimmt nicht. Wer möchte spielen von dir? Ich meine jetzt so global. Manche Leute finden die bestimmt korrekt. Und da hab ich geliebt. Ja, aber wer von uns hier in der Lobby möchte spielen? Ich glaub keiner. Ich kann die Map. Ja, YOLO. YOLO. Nein, jetzt YOLO, Mann. Nicht YOLO. Doch. Nee. Okay, wenn's fertig geladen hat, stand ich direkt ab. Ich geh Tee. Ich geh Tee. Ja, ich geh Tee. Freiwillig. Fuck aus, Georg. Ich dachte, wir werden Bruders. Halt's Maul. Ich dachte, wir werden die Wut-Bruders. Ich schlachte dich aus. Bist du auf's Maul? Auf jeden. Hallo, Silbervier, gibt dir gleich ein Herz-Mord? Mit der Diegel so'n richtigen One-Shot? Nein. Aber ich spiel' ja sowieso Messer, von daher halt der Mord. Hallo, Klingelvier, Messer-One-Shot? Kommt jetzt. Ja, bei mir lebt noch, weltweit initialisiert. Ich hab' hier mit, glaub' ich, insgesamt ist einmal gespielt. Weil ich kick schon mal die Bots. So, Bots. Ich weiß, die Unterschiede machen, das dauert schon lange. Boah, Fahrrad-Bang ist tief. Oh, ich nehm' alles zurück. Warte, ich starte das Spiel, nein. Fahrrad-Bang. Fahrrad-Bang. Mach mal F1. Fresh. Fresh, 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 fresh. So, was kau' ich mir jetzt, Alter? Ich kau' mir den Siegel, Mann. One-Hit. Ach, du bist bei mir. Ja, dann spielen wir halt gegen Byron und Sammy. Sammy, du musst die Antiterror. Byron, du auch. Georg, wir ziehen die. Ja, komm her. Seid ihr bereit? Ja. Georg. Plant mal die Bombe, ich schmeiß' euch. Das ist eine mega-Scheit, Alter. Alter, ich kann nicht mehr planen. Ah, ich hab' die abgeschlagen. Plant die Bombe, Mann. Plant die Bombe, Mann. Plant die. Oh, ich hoffe. Die Kasse, die stande nochmal neu. Die anderen waren noch nicht gejoint. Ist so. Ja, stimmt, warte. So, Abstimmung starten. Spiel neu starten. Geht doch. Hat der Teamkill ausgemacht. Ey, das ist gelungen. Ey. Es ist gelungen, ein Spiel, das geht nicht. Warte mal. Mal sehen, ob unser Mädel... Ey, nee, nee, ich sag' nicht. Leute, vertell dich mal ein bisschen, Alter. Wir spielen hier zusammen. Mit Beulich. Das ist das erste Mal, das ich spiele, Mann. Ist das ein Mädchen? Ja. Nein. Das ist dein Profan. Das ist ein Mädchen. Sammy, bist ein Mädchen. Ey, wo seid ihr? Ich will auch ein bisschen... Alex! Füll dein Blut. Nein, komm, 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 komm. Ich will dein Blut. Oh, 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 oh. Du bist ein Blut. Äh, was wollen wir denn für eine Scheiß mit, Alter? Hä? Ah! Ah! Ich will das nicht aus. Oh, God. Die sitzt so kackig. Du kriegst den. Du holst dir den. Jock. Nein. Boah, ich spiele beide mit Diegel. Oh. Okay, ich sag' einfach mal nichts. Ne, ungesehen habe ich das Gefühl. Nicht mit der Diegel-Spray. Immer nur Single-Shot. Mann, Gamer Hals-Moll. Ja, ich weiß nicht, wer hat die Eierer. Ja, ich mag das. Ja, ich mach' einfach mal einiges. Der hat einfach so... 70-tausend-mal angeschaut. Der mir aus aufgrund von mir. Irgendwo. Irgendwo. komisch verschiebt auch weiter er hat noch eine hp also hier georg ach das ist ne decoy du Hund decoy? ja ne Ködergranate kenn ich das? nein oh mein gott alter ein ap man das fahrrad hat einen kreiber maraden angegriffen wie oft bist du fahrrad? hallo wieso kommst du da am oman? ich hab doch sei die leise ich hab keine awp alter ich weiß nicht wovon du redest hallo hier tötet mal den hier redet einfach dummherum ne was 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 ist doch der ne ok leu ich hab grad mega den Punkt gehabt ich war im nachladen und gleichzeitig auch absuch alter kannst du mit semi teams tauschen? was ist? ob du mit semi teams tauschen kannst dann ist es fair ist die teams wechseln aber ich bin da nicht gut komm ich geb jetzt den Halt mal auf musst du komm ah ah k k zum und erwarten du ich lieber die ich möchte mit semi m hier wir machen das schon k k k k zwei angeblich sind die mit abbekommt alter hat man auch nicht mit besser die schlitzte schon dort liegt jetzt kommen wir schon ehrlich mit schon nicht bereit machen und die reichen das wie die ultimative repos und ist auch so aber auch genausgut es ist nicht genutzt und auch gar nicht wollen auch bei uns für die A ein Teil der Fahrrad macht euch alle kaputt waren ich bin Heike gekauft hier ich weiß auch und gegeben gegeben werden es darum genau ein 3 4 um nur getrackt bei der Krone erkennt Ressentürkungen so ganz ehrlich ihr damit kommt es hat dann wollte verkauft ich will jetzt die Scheiße der Waffe ever Scheißeste ja die beschissenste Scheiß ich nehme ja schon eine halbe Stunde auf oder so ach egal vor allem vor der Viertelstunde angefangen ja ich nehme schon seit einer halben Stunde auf ja gut dein Zeit ah die sind bei W ah 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 kommst du da raus bleib uns dort du Hund wenn ihr Schiff drückt, hören die eure Schritte nicht Geo ich hab dich gesehen Geo jetzt sind wir den Bogen jetzt sind wir den Bogen ah warte da liegt noch jemand oh lol jetzt kommt ein Ferret Sammy du machst das wir sind zwar auf dem anderen Spot aber egal halt die ich weiß ja hier bist du mit Messer nennen ich bin das Mal ich bin ja ich weiß ich bin ja ich bin ich bin bettung der Anerkrankung ist der Weg zum Beispiel ich gehe auch mal auf zum Messer an die Platz damit die Gegner an beiden schlägt damit Käse an a Blenden sie werden die in Berlin mann Nein kommt die Garten frische Lüge und die Töte den auch nicht machen hälften aber das ist lustig ich wollte er hat die da oder sie wenn du mir jetzt nö ich gehe abkarten damit ich habe wenn es nicht einfach die sie geil aus oder nicht nö abgab für aufgaben anwarten weißt du was ich mache ich dann war ich hab die uhr mp 45 von zähl mich an ich werde eigentlich nur rumspielen so dass ich die Map irgendwann mal kenne aber nein ich werde immer getötet deswegen wollte ich ja dass du eigentlich rüberkommst ja ich hab da nichts gegen ja dann willst du doch auch die ganze Zeit getötet oder nicht vielleicht habt ihr ja Gnade ja okay wir sind netter als Georg als ob, alter ja Georg du bist einfach so ein richtiger was das denn? so ein richtiger Georg Georg kann einfach nichts außer ein Mädchen töten ey hör doch hin hör doch hin ne 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 Mann lass mich los ah da sind ja auch Gegner da sind ja auch Gegner da hier sind ja überall Gegner aaaaaaah der defused der defused alt der l maja jetzt nimm du diese Scheisse was so, was kau' ich mir jetzt? ich bin ja so arm und hol' mir jetzt ne ich hol' mir jetzt n' Messer er kommt sich nicht dort Euro seht ihr das im Chat? Georg spammt einfach ich seh das Ding wie du dir anwesst so, 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 so äh, ich kann nichts machen aaaaah, ich hab das Fahrrad getötet da ist einer bei dem Team Loll in der Drehung genug Selmy, du machst das! ich weiß nicht mehr, wo ich bin, also lass uns schon der ist bei A, oben ist ne Minimap oh oh ich guck immer nur in die Ecken unten wer denn da ist der ist jetzt hinter dem dritten Zug, der ist hinter, da vorne bei der Tür ja, da hast du ihn gesehen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das ist mega kacke so, wieder da ja meine Katze hat gerade gespielt was? ich mag das Ding anzuschießen das magst du bei all deinen Lades irgendwie vor allem das witzige ist, ich hab ja ne Katze was? nein, ich hab keine Katze Alter ich kann mal keine Katze haben, Alter du hast 6, Mann ey, Kihock, sag mal wo tust du die hin? die haben mal B geplantet du tust die dahin, wo man sie nicht hin tun soll ich brauch Hilfe ich brauch Hilfe ich brauch Hilfe nein 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 fuck ich werde mit ihm ich hasse die AWP lol ich hasse die AWP dieser George weißt du, wenn du voll drauf bist ich mach dir jetzt ne Katze wenn du voll drauf bist, kriegst du den Klinik wenn du 2 Meter neben schießt ich und Sammy gehen CT, ok? ich und Sammy gehen CT ok